Dieses Video, aufgenommen von der Hafenmeisterei in Las Palmas, zeigt die letzten Sekunden vor dem Crash. Die Fähre der Reederei Armas fährt offensichtlich mit unverminderter Geschwindigkeit Richtung Mole und rammt schließlich mit dem Bug die meterhohe Keimmauer. Erst als das schwer beschädigte Schiff am späten Abend von Schleppern wieder zum Anleger zurückgeschleppt wird, können die Passagiere die Fähre verlassen. Wir waren an Deck, als es plötzlich wie verbrannt gerochen hat. Kurz darauf gab es dann diesen Rums. Ich bin runtergerannt. Es war ein Desaster. Überall Schreie. Leute lagen am Boden. 13 Passagiere wurden bei dem Aufprall verletzt. Der Schaden an der Keimmauer ist beträchtlich. Schlimmer noch, durch die Mauer verläuft die Hafentankleitung, die nun gebrochen ist. Mehr als 60.000 Liter Treibstoff flossen ins Meer. Ein inzwischen 15 Kilometer langer Ölteppich treibt vor der Küste. Die Inselregierung rief Warnstufe 1 aus, sperrte mehrere Badestrände. Die Fähre war ursprünglich von Las Palmas auf dem Weg nach Teneriffa. Nach Reedereiangaben fiel bei einer Linkswende hinter der Hafenausfahrt plötzlich der Strom aus. Dieser sogenannte Blackout blockierte Ruder und Antrieb. Es ist am Schraubensasser ersichtlich, dass die Maschinen sich nicht auf volle Fahrt zurücksteuern ließen. Es ist ersichtlich, dass das Schiff einen Anker geworfen hat. All das hat aber nicht dazu beitragen können, dass das Schiff umgebremst in die Keimmauer fährt. Nun soll eine Untersuchungskommission ermitteln, wie es zu dem Schiffsunglück kommen konnte.